Bei uns sind sie in sicheren Händen. Sie werden ausschließlich von Fachärzten für Anästhesie und Intensivmedizin betreut. Im Vorfeld der Operation findet eine genaue gesundheitliche Untersuchung statt, sodass wir entsprechende Risiken bei Ihnen kennen und auch darauf reagieren können. Für Sie wird dann das geeignete Nervoseverfahren erklärt und auch durchgeführt. Die Anästhesie hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel weiterentwickelt, besonders auch hinsichtlich der Patientensicherheit. So können wir heute während den Operationen durch die Messung der Hirnströme feststellen, wie tief Sie schlafen, sodass ein Aufwachen während der Operation nahezu ausgeschlossen ist. Des Weiteren werden Sie natürlich bei uns nach den aktuellsten wissenschaftlichen Standards behandelt. Natürlich ist kein Verfahren nebenwirkungsfrei. Letztendlich kann es bei Narkosen etwas gehäufter zu einer Heiserkeit kommen oder auch zu einer Übelkeit oder Lagerungsschäden, die man relativ gut behandeln kann. Schwerwiegende Komplikationen haben in der Anästhesie eigentlich einen hohen Seltenheitswert. Insofern ist die heutige Form der Narkose ein sehr sicheres Verfahren.